Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für mein 3 Wochen Testfazit zum 37,5 Zoll großen Curved Riesen-Oschi-Monitor von LG. Das Teil hat die Bezeichnung 38U1099 und ich habe das Gerät jetzt ja doch 3 Wochen im Dauereinsatz gehabt, dann ein paar Tage Pause gehabt und sitze jetzt wieder davor und erzähle einfach mal, wie meine Erfahrungen sind. Ich kann es direkt vorweg sagen, ich bin richtig angetan von dem Gerät, aber es gibt auch ein paar Negativ-Aspekte, wo ich jetzt sage, uh, noch nicht direkt loslaufen und kaufen, das sollte man doch besser beachten. Ich mache das jetzt gleich wieder der Reihe nach. Das Gerät von außen, Design, Lautsprecher, natürlich die Bildqualität, das ist das, das tollste, beste. Dann aber auch so Sachen wie, ihr seht es gerade, zwei Signalquellen gleichzeitig auf diesem Monitor wiedergeben, denn das ist das, das bietet sich bei der Größe einfach an. Aber auch, wie ich das mache mit den USB-Ports auf der Rückseite, kann ich das Ding einfach so als Hub benutzen für Festplatten oder Vergleichbares. Und ein riesen Feature, ich hatte es ja letztens schon mal angekündigt, das sehen wir dieses Jahr sehr oft. USB Type-C ist verbaut, klappt das in Verbindung mit Backbooks und anderen Notebooks. Nicht nur die Geräte dann Bildwiedergabe, sondern auch für die Stromwiedergabe. So, und ihr seht es, links ist gerade dunkel, der Windows-Mode-Rechner, das Windows-Notebook hat sich kurz mal hier verabschiedet, in Standby. Und da haben wir es jetzt wieder. Aber der Reihe nach, das Ding ist groß. Es ist gebogen und es gefällt mir vom Design von vorne eigentlich ganz gut. Wir haben einen relativ dünnen Rahmen, natürlich das geht noch dünner, aber bei so 38 Zoll, da wird man erstmal erschlagen und ich musste auch mich einige Tage erstmal dran gewöhnen. Von vorne sehe ich diesen silbernen gebogenen Standfuß und einen silbernen Rahmen, das passt. Das Ding hat leider keine Webcam verbaut. Naja, kann man mit leben. Ich würde mir noch eine automatische Helligkeitssteuerung wünschen, gerade in dieser Preiskategorie, denn wir reden ja hier eigentlich von 1400 Euro, auch wenn es ihn inzwischen so für 3, eher für 1300 gibt. Das ist aber trotzdem, das ist eine richtige Hausnummer. Dafür erwartet man auch richtig viel. Da reicht es dann nicht nur einen riesen Monitor abzuliefern, aber designmäßig deutlich besser als, ich sag mal, das andere High-End LG Gerät, dieser Ultra Fine mit 5K, den ich hier auch schon getestet habe, den ja Apple so gerne bewirbt. Was mir nicht so gefällt, ist die weiße Plastikverkleidung von der Rückseite. Das ist designmäßig Geschmackssache, ja, aber da hätte ich mir auch so ein durchgängiges, hätte ja auch silbernes Plastik sein können, das oder schwarz. Das wäre mir, glaube ich, lieber gewesen, als das Ding von hinten weiß zu gestalten. Das nächste, was mir auch nicht so richtig gefällt, ist das, jetzt wackelt ich hier mal ein bisschen kurz rum, mal gucken, ob ich es schaffe, es in die Kamera zu halten. Das kurze Kabel zum riesen, riesen, riesen Netzteil. Das ist leider viel zu kurz geraten und ist hier hinten fest verbaut. Bedeutet, wenn ihr, einzige Möglichkeit, dass dieses fette OSCHI-Netzteil nicht in der Luft schwebt, ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Stromkabel direkt hinter dem Monitor runter zu verlegen. Wenn ihr das, weil ihr einen Schreibtisch habt, wo auch das Ding nur ein bisschen zur Seite gehen muss, nach links machen muss, baumelt dieses, lasst es mal, 300, 400 Gramm Netzteil immer in der Luft. Das gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen unsicher, dass man da auch ein fest verbautes Kabel hat, dass man dann das Kabel nicht länger macht. Ich verstehe es nicht. Grober Designschnitzer von LG. Also das ist so eine Sache, die stört mich, gerade wenn man doch ein bisschen mehr aufs Design achtet. Also ich verstehe es nicht. Also ein paar Cent für ein längeres Kabel, die hätten schon drin sein müssen. Also der Designer, der das da nicht nochmal überprüft hat, gehört ein bisschen angebissen, angeknabbert oder so. So, das vom Design. Kommen wir, ich will noch nicht auf die Bildqualität eingehen. Kommen wir kurz zu den Lautsprechern. So, und Lautsprecher haben wir verbaut, zweimal 10 Watt Stereo-Sound. Kann ich wahlweise auch per Bluetooth ansprechen, dass ich dann mit, was weiß ich, als Bluetooth-Quelle nehme. Ich schnappe mir mein Smartphone, wähle den Monitor als Quelle aus und dann kommt daher der Sound. Der reicht, es ist ein solider Monitor-Sound. Der ersetzt keine Anlage, der ersetzt keinen dicken Bluetooth-Lautsprecher. Aber der ist vernünftig. Den kann ich, habe ich genug Feinabstimmung in der Lautstärke, da kommt ein Hauch vom Bass raus. Und wenn ich vor dem Monitor sitze, wenn ich ein Video habe, das passt. Also vor diesem Monitor sitzen und ich sage mal links ein Video gucken oder Musik hören oder sowas, geht total in Ordnung. Aber es ist nichts, was jetzt zum Spielen, würde ich jetzt mal sagen, geht es so gerade in Ordnung. Aber Headset oder ein kleines 2-Boxen-Paar oder eine 2.1-Anlage ist nochmal eine komplett andere Welt als das, was der Monitor bietet. Das wäre auch was, wo ich würde sagen, ein bisschen mehr oder bei so einer Länge hätte sich vielleicht eine kleine Soundbar angeboten oder sowas. Also ich habe immer noch den 5K-Monitor von LG im Hinterkopf und im Vergleich dazu sind die Lautsprecher super. Also muss man einfach sagen, gefällt mir. Kommen wir zu den Eingängen oder machen wir das USB Type-C? Ich habe ja hier USB Type-C, um es dann anzusprechen, für Daten. Und ich habe auf der Rückseite dann auch noch zwei USB Type-A-Ports und die funktionieren. Also ich kann problemlos an beide Dinger dann zwei Festplatten anspließen oder eine Festplatte und einen Kartenleser oder sowas. Die werden erkannt. Das funktioniert auch alles. Also diese Hub-Funktion läuft. Ich habe auf der Rückseite auch ein Displayport und zweimal HDMI. Funktioniert auch alles. Und ich kann das möglichst in verschiedenen Sachen kombinieren. Und ihr seht es gerade, diese Doppel-In-Funktion aus zwei Signalquellen funktioniert. Ich habe jetzt das MacBook per USB Type-C angeschlossen. Und ich habe das Windows Notebook per HDMI angeschlossen. Seht ihr, funktioniert. Ich habe aber die Einschränkung, während das mit dem Bildproblem, das funktioniert und out of the box und es funktioniert und läuft einfach. Was ich nicht kann, ist von beiden Geräten gleichzeitig Ton wiedergeben. Das funktioniert nicht. Da muss ich nämlich jetzt in die umständliche Bedienung gehen. Und ich hoppel mich hier mal ganz kurz rein, während mal die Standby-Funktion sich wieder aktiviert. Und zwar, ich habe unter, oder ich gehe mal besser von der Seite, dann seht ihr mich auch in der Kamera. Ich habe auch hier unten einen Joystick. Vier Richtungen, links, rechts, vorne, unten und drücken. Einmal drücken, erscheint das Menü. So, und dann muss ich einmal drücken. Zweimal drücken, um ins Menü zu kommen. Dann habe ich rechts die Schnelleinstellung. Mal gucken, ob ihr das seht. Also bisher habe ich jetzt zweimal gedrückt. Dann muss ich einmal runter, dreimal drücken. Da seht ihr jetzt HDMI 1 und USB Type-C und auch den Lautsprecher. Jetzt kommt der Ton von USB Type-C. Jetzt muss ich rüber. Das war Drück 4, 5, 6, 7, 8. Tonwechsel und jetzt einmal noch nach rechts und dann hüpft der Lautsprecher rüber. Ich muss neunmal an diesem Joystick da unten rumspielen, zum Beispiel, um den Ton zu wechseln. Das ist ein bisschen suboptimal. Und die Tonwiedergabe ist auch das Erste, was mich ein bisschen stört. Denn unter Windows ist es zum Beispiel kein Problem. Da lasse ich dann hier mit den Steuerungsdingern, ganz normal, ob Tastatur oder wie auch immer, die Lautstärke vom Monitor steuere. Gar kein Problem. Unter Mac geht das Ganze nicht. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Es ist mir unter macOS oder mit Kombination mit einem MacBook nicht gelungen, die Lautstärke-Steuerung zu machen. So, und wir sollten, also normalerweise, dass man so ein Riesenteil für zwei Eingangsfällen gleichzeitig nutzt, ist ja eigentlich eher so die Ausnahme. Deswegen, zack, einmal ganz kurz weg. So, jetzt stehe ich hier und muss einmal ganz kurz in das Menü gehen. Mache nicht zwei Bilder in einem, sondern, na, jetzt kommt, ach, jetzt geht das wieder nicht. Jetzt muss ich dann doch einmal ganz kurz wieder in die Einstellung hoppeln. Menü, Eingangsquelle wählen. Und weil hinten HDMI noch eingesteckt ist, springt er jetzt nicht um. Jetzt habe ich hier diese Picture in Bild oder PIP-Funktion im Englischen. Dann deaktiviere ich mal ganz kurz und steige halt wieder nur auf USB-Type-C als einzige Eingabequelle um. So, jetzt rüttelt er mal ganz kurz und ta-ta-ta-ta-ta. Jetzt habe ich wieder alles in einem Bild. So, und dann kann ich mir die Mac-Tastatur nehmen. Helligkeitssteuerung funktioniert nicht. Und was auch nicht klappt, ist lauter und leise. Und Mute funktioniert auch nicht. Wie so auch immer, ich habe, es klappt nicht. Ich weiß es nicht. Und das heißt, als Mac-Nutzer hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Man geht hier unten wieder an den Joystick ran und macht nach rechts für lauter und nach links für leiser. Oder zieht am Nöppel für Mute und zieht dann wieder für Mute, äh, für Ton an. Nummer 1. Oder man benutzt jetzt die Maus, geht auf die LG-Taste, geht, dann lässt sich das Startprogramm anzeigen, wenn es nicht immer eingeblendet ist und geht dann darüber dann an lauter und leise. So, und das ist der Punkt, was mir den Monitor als Mac-Nutzer leider versaut. Denn ich habe im Internet, bei YouTube, meistens ein Video lauter, meistens ein anderes Video lauter. Und es ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, da schnell auf Tasten zu hämmern. Und ich will da nicht erstmal am Joystick rumnüppeln und ich will da nicht immer an der Tastatur, äh, mit Software rumspielen. Und ich will auch ganz gewiss nicht bei Netflix, bei YouTube oder irgendwelchen Spielen erstmal ins Menü klicken oder dann auf den Lautsprecher und dann mit dem Maus-Rädchen hin und her gehen. Nee. So, und da ist jetzt bei mir der Punkt, wo ich, warum auch immer, also in dem Moment, wo LG das fixt, sag ich für Mac-Nutzer, yo, 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 dann guckt ihn euch eher an, aber als Otto-Normal-Mac-Nutzer eher nicht. Weil die Lautstärkesteuerung ist halt blöd. Oder ihr seid ein Mac-Nutzer, der sagt, Lautstärkesteuerung, ach, ich höre sowieso so gut wie nie Lautstärke. Oder ich habe AirPods drin oder ich habe Kopfhörer dran. Oder ich will sowieso nicht die Lautsprecher davon nutzen, sondern schlieg es externe an. In dem Fall, yo, aber wenn ihr die Lautstärke vom Monitor, die Lautsprecher vom Monitor nutzen wollt, das ist ein bisschen blöd. Wohlgemerkt, das Ganze gilt nur für Mac-Nutzer. Für Windows-Nutzer ist alles, alles tuffig, eitler Sonnenschein. So, und jetzt habe ich jede Menge über alles drum herum gequatscht. Und jetzt komme ich erst zum Bildschirm. Ich wollte es ja auch ein bisschen spannend machen. 3840 mal 1600 Pixel. Das ist mehr als zwei Full-HD-Displays nebeneinander. Und vor allem, ich habe nicht den blöden Balken in der Mitte. Dafür ist das Ding natürlich auch riesig. Es ist gebogen. Und eins muss ich auch direkt sagen, die Bildqualität ist toll. Ja, der 5K-LG-Monitor mit den 5K-Pixeln. Super. Also das ist nochmal eine andere Welt. Aber das Ding ist auch toll zum Draufgucken. Das ist super. Das Ding ist matt. Das bedeutet, ich habe einen schwarzen Hintergrund. Ich habe jetzt hier was Weißes an. Natürlich sehe ich hier und da auch nochmal so matte Reflektionen. Aber es war auf gar keinen Fall so, dass ich irgendwann mal gedacht habe, irgendwelche Reflektionen reißen mich hier aus dem Monitor raus. Nein, das Ding hat einfach gepasst. Von vorne bis hinten war das super anzusehen. Und es ist ein IPS-Display. Von links, von rechts, von oben, von unten. Draufgucken ist toll. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre halt eine vernünftige Helligkeitssteuerung oder so ein Ambilight, ein Umgebungssensor, der die Displayhelligkeit hier und da was anpasst und ich halt das nicht über Einstellungen machen muss. Und ich denke, den Anspruch darf ich haben, bei einem Preis von 1400 Euro sollte doch mal dann an sowas gehen. Gerade wenn Leute es eigentlich eher gewohnt sind, von Notebooks zu kommen und das Ding als externen Monitor dann zu benutzen. Und warum sollte man sowas machen? USB Type-C. Ich habe es eben erwähnt. Und sowohl unter Windows-Kisten mit USB Type-C als auch unter Mac-Kisten funktioniert dieses USB Type-C 1A. Anschließend Daten werden übertragen, Hub wird befeuert, ich kann, Audio und Ton wird problemlos erkannt, sowohl unter Windows-Kisten als auch unter Mac-Kisten. Und das freut mich. Das ist eine super Sache. Und wer sich an das LG-Monitor-Video erinnert, was habe ich da geflucht? Wie oft ich mein Mac abgestürzt ist, weil ich USB Type-C abgemacht habe, hier auf gar nicht, nicht einen Absturz gehabt. Das hat wunderbar funktioniert, denn ich habe das MacBook bestimmt 200 Mal angestöpselt, aufgeklappt, zugeklappt, aufwachen, zuklappen, funktioniert. Und eine andere Sache, die auch noch da ist, hatten wir ja beim 5K-Display, MacBook nur im zugeklappten Zustand benutzen, wegen der schieren Pixelmasse. Da ist das 5K-Display nochmal in einer anderen Welt. Hier ist es von der Performance kein Problem. Ich kann das Ding befeuern mit einem 13 Zoller, ohne zusätzliche Grafikeinheit. Ich kann das Display auflassen und es funktioniert trotzdem problemlos. Und zum Vergleich, ich habe jetzt hier so das MiBook, die 12,5 Version mit einem M3 Intel 515 Grafikeinheit und 4 GB RAM. Und selbst das Ding ist problemlos in der Lage, die Pixel zu befeuern und gleichzeitig noch sein eigenes Display anzuhaben, ohne dass irgendwelche Lüfter angehen. Na gut, das ist bei einer M3 Version natürlich ein bisschen kompliziert und schwierig. Aber ich meine, funktioniert. Auch das MacBook verhält sich komplett still an der Kiste. Alles, was ich beim 5K zu bemängeln hatte, habe ich hier nicht. So, ich habe hier natürlich weniger Pixel, aber trotzdem, das funktioniert. Es sieht gut aus. Das Einzige nach wie vor, was mir hier sauer aufstößt, ist die umständliche Bedienung, wenn ich Ton bei der Audio-Aufsteuerung. Beim Mac, habe ich ja erwähnt, bei Windows funktioniert es. Und wenn ich mit mehreren Signalquellen arbeite, das ist auch umständlich. Also da würde ich mir noch bessere LG-Software wünschen. Vielleicht kommt da ja noch irgendwann mal was nachgeliefert. Spielen, Latenzverzögerung. Ich meine, wir haben ja so ein Zusatzfeature. Normalerweise habe ich 30 Millisekunden, jetzt soll ich 10 Millisekunden haben mit diesem Standard, mit diesem Boost-Feature. Alles, was ich hier an normalen, leichten Sachen draufgezockt habe. Also einmal die Blizzard-Spiele rauf und runter. Reicht für einen Otto-Normal-Nutzer aus. Alle, die da auf 60 Frames gehen oder 100 oder was auch immer, die sind wahrscheinlich mit einem 144-Hertz-Monitor tausendmal besser aufgehoben. Ich sage aber mal als Otto-Normal-Around-Nutzer, auch mit Final Cut, auch mit iMovie, auch mit 4K-Dingern, auch wenn man hier, ich sage mal, drei DIN A4-Seiten nebeneinander hat oder mehrere Seitenhaufen hat. Funktioniert. Diese Software-Funktion, die LG da anbietet, mit mehreren Ecken. Ich meine, ich nutze da, wie heißt es, früher war es Better Touch Tool, jetzt ist es Better Snap Tool. Unter Mac zum Beispiel reicht mir persönlich dicke aus. Die normalen Fensterfunktionen unter Windows reichen mir auch persönlich aus. Da würde ich mir lieber eine Funktion wünschen, die, naja, die die Audio-Steuerung irgendwie vernünftiger macht bei LG. Kommen wir noch zur Preisdiskussion. 1400, ich glaube mal 1500, nee, genau, 1500 US-Dollar ist der Startpreis bei den Amis. 1400 UVP bei uns, habe ich mich ja schon mal beim Einrichten drüber gefreut. Im Moment oder langsam, naja, hatte sich den 1300 Euro an. Es ist eine Menge viel Geld. Und ich sage mal so, als Windows-Nutzer mit einem Windows-USB-Type-C-Ding, wo die Lautstärkesteuerung ein Problem ist, funktioniert, sofort hätte ich keine Probleme. Als Mac-Nutzer, solange das da nicht so vernünftig funktioniert, sage ich, nee. Und selbst wenn, egal ob Windows oder Mac-Nutzer, setzt euch auf jeden Fall mal davor, so ein Ding erschlägt euch. Und natürlich kann man sich schnell dran gewöhnen, aber ihr müsst auch im Hinterkopf haben, was ihr für 1300 Euro, was es da an normalen Monitoren gibt. Sei es an, was weiß ich, 2,24 Zöller oder von mir aus auch 2,27 Zöller mit einer QHD-Auflösung, sind günstiger als das. Ihr bezahlt hier halt den dicken Aufpreis, für das Risiko, für alles in eins zu haben und dass ihr dann halt, naja, keinen Balken in der Mitte habt. Wobei das auch Vor- und Nachteile haben kann. Ich persönlich sage hier wieder genau das Gleiche wie beim 5K-Display. Wir sind noch Anfang des Jahres. Es wird dieses Jahr so viele USB-Type-C-Monitore geben. Das hier ist ganz klar an Leute gerichtet, die ein großes Display haben wollen. Dieses USB-Type-C-Zusatzfeature ist hier noch das Schmankerre obendrauf. Wenn ihr aber für euer USB-Type-C-Notebook, egal welche Sorte, einen neuen Monitor sucht, der dann auch die Geräte aufladen kann. Und ja, das funktioniert mit der USB-Type-C-Funktion hier auch problemlos. Alles, was ich dran gehangen habe, wird auch aufgeladen. Trotzdem würde ich nach wie vor sagen, wir haben Anfang des Jahres, das ist ein Haufen Schotter. Ich persönlich, wenn ihr warten könnt, würde auf jeden Fall noch länger abwarten. Wenn man sich jetzt hier entscheiden müsste, wenn der 5K-Monitor von LG UltraFine, das ist natürlich für die Grafikarbeiter, die jedes Pixel sehen wollen und die vernünftige Hardware am anderen Ende haben. Nochmal eine ganz andere Welt, habe ich jetzt gesagt, für die Otto-Normalnutzer, sage ich aber auch, das ist eigentlich schon krank, 1300 Euro für so ein großes Display rauszuhauen. Das wäre eher was, wo ich sage, ja, es ist geil, ja, der haben wollen Faktor ist da, aber ganz ehrlich, wenn man alles zusammenrechnet, müsste man mit einem normalen Monitor oder mit zwei normalen Monitor genauso gut, vielleicht und vor allem deutlich günstiger fahren. So, das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und jetzt muss ich das ganze Ding wieder einpacken. Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.